Ihr Lieben da draußen, Skörtsche Ötzi, geht zum Ötzi, hört sich an wie Ötzi, geht weiter und ich habe hier gerade noch einen roten Strahl aufgemacht und das war eigentlich gerade ein Sex auf dem Lotto, fand ich super, weil Juti-Sattel nehmen wir mit zum Boss und Rex-Sattel nehmen wir mit zum Boss, passt, alles beide hellblau. Ich spreche es mal ganz kurz in die Base, bevor ich jetzt, ich will mir noch mal ein Pferd irgendwo holen, aber gerade eben, als ich das, ein Pferd gesehen habe, da wurde er vom Kanuver zerschnitzelt. Kim, habt ihr Platz bei euch an den Kisten? Ja, aber bitte vernünftig sortieren. Och nee. Ich habe hier ein grünes Pferd, Level 15. Ist jemand gerade in der Base, der die Sachen gerade rausnehmen möchte, die ich will nicht ordnen. Nee, ich bin nicht da. Oh, du Socke. Ich bin hier. Ansonsten schmeiße ich das einfach alles in den T-Rex hier vorne rein. Oh, Schatten schieben, wie ich das hasse. Ich mache das. Warte, 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 da kommt noch viel. Wait, wait, wait. Warte. Das kommt noch dazu. Warte, warte, das kommt noch dazu, 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 das kommt noch dazu. Ähm, Morellatops-Sattel kommt noch mal. Morellatops noch ein Sattel. Das kannst du auch noch mitnehmen. Hier kannst du ein bisschen Sprengstoff haben. Willst du das haben? Willst du das haben? Das kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Warte, warte, da kommt noch was dazu. Warte. Das kannst du noch da haben. Das kannst du haben. Ähm, hast du, ja, pass auf. Ich gebe dir mal ganz viel, das kannst du alles mal bei dir in den Kühlschrank tun oder sowas. Warte. Hier kannst du auch noch das Eisen dazu nehmen. Autsch. Zu viel? Zu schwer? Ja. Ja, sortiere ich mir eben was. Dann nehme ich was. Das ist das Müll. Für den einen ist das Müll, für den anderen ist das Müll, 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 Müll. Gold. Ja, ist wirklich Müll. Gib mir, du machst mir irgendwas hin, wenn es zu schwer ist. Ich muss gucken, was du hörst. Du musst grad Sachen drausen, die gar nichts wiegen. Ah, du machst das schon. Ich gehe mal jetzt einen Gaul holen. Ich will unbedingt einen Gaul finden. Ich habe keinen 15er, verstehst du? Nee, den schenke ich dir. Den schenke ich dir freiwillig. Auch wenn du mir den geschenkt hast, schenke ich dir den gerne freiwillig zurück. Nö, der ist ja noch nicht. Das gehört sich nicht. Guck mal, ob hier noch ein paar andere rumgucken. Der Gaul jetzt hin. Oder eben noch hier. Der hat sich selber geschenkt. Ja, genau. Hat sich selber verschenkt und tschüss, war er weg. Oh, ein Dosenbier. Aber, äh, warte mal. Hier, wo ich grad pinge, musst du mal in der Ecke gucken. Hier sind oft Pferdchen. Ja, ich guck gerade mal hier. 3600 Meter, mach du mal dein Ding da hinten selber. Guck mal, baue ich an der Base. Dodo, wenn du grad an der Base bist, da ist ein lilaner Strahl. Loot dir den mal. Ich bin nicht in der Base. Ich bin ganz weit weg von der Base. Okay, dann, Kim, mach nur mal. Weil das ist direkt bei uns in der Base. Hm? Wäre schade, den nicht zu nehmen. Wir keinen Strahl. Ja, da strahlt direkt bei uns in der Base. Oder bei uns an der Base dran. Ich seh nix. Ich bin noch am Ausladen. Dann kannst du das auch nicht sehen. Ich hab irgendwie Hunger auf Pudding. Dann mach dir welchen. Machen. Küchig auf, küchig zu. Mund auf, Mund zu. Aue Socke. Und ich will essen, ich will nichts kochen. Ich lasse kochen. Schmeckt wesentlich besser, wenn man es selber macht. Das stimmt. Und ich hab heute Kuchen gebacken. Boah, schön. Käsekuchen. Oh, das darfst du nicht sagen. Ich hab was Spezielles versucht. Ich wollte mir so ein Muster da drauf machen, wenn man das abdeckt. Wisst ihr das dann eigentlich so alt? Alles drumherum wird dunkel und dann das Muster wird's nicht. Ja, ja, ja. Hat's gesagt? Oh, schade. Was nimmst du? Nimmst du Quark? Ja. Dann versuch mal was anderes. Weil bei uns gibt's ja, in Italien gibt's ja, also bei uns, auf Sizilie. Ich weiß nicht, wo, vielleicht in Italien, irgendwo im Norden gibt's bestimmt Quark. Bei uns gibt's kein Quark. Quark. Oh, das ist ein Ferti. Nimm mal. Lecker mit Marmelade. Ich nehm Philadelphia. Nee, das schmeckt aber anders. Das schmeckt, ja, ein bisschen anders, aber voll gut. Und immer noch sehr cremig. Und sieht genauso aus. Quark ist super. Hier ist ein 110er. Ja, wenn du keine Quark hast, musst du abweichen. Wie viel, was, was, was? Sind wir 100? 110er-Fert. Wo, was, warum, wo bist du? Hier, warte, äh, da. Jetzt mal ein Rallye-Point. 1500 Meter, wer da als erstes da ist. Das ist ein helles, ein ziemlich helles Feld. Ich flieg mal weiter. Viel Spaß. Danke, Herr Schuhen. Oh, der ist wunderschön hier. Welches Level bist du denn hier, Kollege? Ich hab hier, äh, hier, ein Alf. Fünf, ey. Was ist das denn für ein Level? Geh verrecken. Fünf. Der war so, der war so Limettengrün. Limettengelb, wie man's möchte. Oh, das war, das sah schick aus. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, T-Rex ist echt ne Rarität hier, ne? Ich seh nur Kanus. Überall Kanu verseucht hier das Ganze. Hat jemand einen gelben Strahlrad gelootet? Äh, ja. Ah, okay. Dunkelblaue Verlagsschuhe. Damit es schön heiß wird, in der, in der, in der Dose. In der Dosenrüstung. Ein Elektroschocker. Einer in gelb, einer in grün. Oh, ja. Hier sind es die vier. Eine Toilette. Hellblaue, ähm, Fell, ähm, Rüstung. Das ist gut. Für, wenn's kalt ist im, äh, in der Nacht. Ist nicht schlecht. Eine gelbe, äh, ein gelber Wüstenhelm. Cool, ja. Hast du, hast du, hast du einen besseren? Ich hab einen 545er, ähm, äh, ja. Dann wünsche ich mir, wünsche ich mir den gerne, äh, krallen. Riot Helm. Ah, nee, ja, okay. Aber das ist ja für die Wüste jetzt nicht unbedingt der Renner, ne? Ja. Trotzdem, es ist gut. Wenn die Wüsten, äh, Helm nicht braucht, so Wüstenmützchen, dann wünsche ich mir den sogar krallen. Sind's warm. Dankeschön. Komm her, Gaul. Egal, was du willst. Das, äh, habe ich gerade der Kim gegeben. Nein, ich wollte draufsteigen, warum hat das nicht geklappt? Verdammter Hacke, ich hasse diese blöden Scheißpferde. Ein bisschen buggy geworden, finde ich. Ja, ich konnte nicht draufsteigen. Hatte ich nämlich auch. Du musst irgendwie komisch ein bisschen seitlich stehen, irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ich hab den geschlagen und der wollte nicht. Naja, komisch. Hm. Versteh ich nicht. Bei den Frauen klappt das immer. Ah ja. Zweifel ich. Ich seh schon. Nein! Fingere ich vor meinem... Jetzt geht's hier ab, ey. Oh Gott, nein! Das ist alles hinter dem Heer jetzt. Ich nachladen. Lass das Pferd in Ruhr! Ey, ey, ey. Die Pferde können so gut austeilen. Und was macht der? Stellt sich da in die Ecke und lässt sich beißen von dem Truthahn hier. Ja, das ist bekloppt, ne? Ich hab mit Pferden schon auf Ragnarök schon ganz Aluhorden gezähmt Und nein, ich bin ein bisschen kleines Lippie Pferd Ich bin so strot doof und mach nix Na jetzt wird der von einem Zähbelzahntiger angegriffen und von einer Schlange angegriffen und ich werde das nicht zähmen können Das schaffst du Decks Boah, der ist knallgrün der Zähbelzahntiger, komm her Wo hast du mich? Ah, wo ist es bis jetzt wieder hingegaul Ich bin schon gar nicht tot Oh mein Gott, was ein toller roter Loot Das hat sich bewirkt Genau das wollte ich haben Schon immer Was auch Ein hellblauer Kubertin Oh, GG Aber ich hab ein Flammenwerfer Oh, was für eine Farbe Normaler Brau Und ein Nashorn Horn Oh, das ist gut Ja, das ist nicht schlecht Ja, das ist nicht schlecht Ich bin jetzt grad am gezähmen den Gaul Ja, ich bin drauf Der sieht nicht mehr normal aus Das sieht aus wie so ein zerflatterter Teppichvorleger Aber ich hab schon Taming 58 mit zwei Mörschen Hä? Ich will hoffen, dass das richtige Pferd ist Ich hab einfach das erste Pferd genommen was ich hier bei dem Dings gesehen habe Welche Farbe hat es? So ein bisschen hell gelblich oder so Zebra gelb Das müsste das in der Zehner sein Ich hab's Keine Ahnung Das andere Pferd war dunkel Da war noch ein Pferd? Okay Ja Ich hab alles hier umgenietet Also das blöde Pferd ist hier in alles reingerannt Ich musste alles killen Wirklich alles Ähm, ja Jetzt greite ich hier gerade Okay Die Reite Zähmung fand ich immer super Das hat mir immer viel Spaß gemacht Das hat immer Spaß gemacht Nur einmal Aber Böse war es immer auf War das Ragnarok? In alles reingelaufen Oder war das Doch das war Ragnarok, oder? Auf der Ebene Wo die Gigas rumgelaufen sind Da waren ja auch oft Pferde Wenn du dann Giga in der Nähe hast War das nicht nett Ja, was ich Was ich Damals Das wurde ja gepatcht Damals Sind die Tiere Auch die Klippen runtergesprungen Das machen die ja jetzt nicht mehr Die drehen ja jetzt um Gott sei Dank Das war ja Böse Ja, fertig ist er Ähm Ich nenn ihn mal Ähm Ich nenn ihn Nenn ihn Lass doch die Kommentare einen Namen benennen Ja, bitte Bitte Ich bitte einen Kommentar Namen in die Kommentare schreiben Was mit der Aktion Ich renne mal in alle Tiere rein Und freue mich dann meines Lebens So Macht was kreatives draus Ich hab Eigentlich erwarte das Türkisen Äh Schatztruhe aufgemacht Hm Hat mal eine türkise Blaupause Für Ein Dunkleostois Oh mein Gott Oh mein Gott Dunkleostois Dann kriegt unser Ähm Rechter der Viertel Seid noch einen Kollegen Und er passt auch nicht mehr rein In die Kleine In den kleinen Viertel So Da geht noch eine Menge Es regnet Treppe Wollte ich auch gerade sagen Aber es geht noch nicht zum Auffüllen Treppe ist nicht fertig Aber ich hab eine Minute Insgesamt Ja, ja Auch merkwürdig So Nächster Schatz Äh Bin ich jetzt blind? Ähm 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 Ja Okay So Wie Fert ist gezähmt Ich bin zufrieden Ist das schöne gewesen Das ist ein schönes Pferd Muss ich ganz ehrlich sagen Das ist nicht weiß Es ist auch nicht so Dass du so ein bisschen pipigelb Hast du es angepinkelt? Hey Oh ja Deswegen war es gerade eben so warm Kann ich mal jemand pingen, wo es zu meiner Base geht? Äh Ich weiß nicht Nicht da Guck mal einfach ein Tier von dir Ja, ich glaube, dass es da hinten in Richtung Sabertooth da hinten irgendwo Heißt du, ein Sabertooth von euch Sabertooth? Kann sein, ja Kann sein, ja Kann sein, ja Ich zwar nicht hier Dann haben wir mal wunderschönen Namen Das ist so geil Erste Truthand kommt mich angreifen Zweimal getreten, direkt umgefallen Jetzt kann man auffüllen Jetzt kann man auffüllen Cool Brauche ich nicht Sehr gut So, hellblauer Lut Was, was schenkst du mir? Bitte kein Water Intake mehr Dafür habe ich genug Dafür habe ich auch so viele schon Und ich habe Oh Ja, nehme ich Finde ich gut What? Ein, ähm Ein hellblauer, ähm Güstenhemd-Ding Cool Finde ich gut, nehme ich Finde ich nett, was du mit mir teilen möchtest Ich schneide dir die Hälfte ab Dankeschön Du kriegst die Bänder, ich kriege den Stoff Ich bin oben auf der höchsten Klippe, die es gibt Ähm, glaube ich Wie komme ich jetzt runter? Waghalsig einfach springen Ja, mach ich einfach mal Das wird das Pferd schon schaffen, Leute Glaubt, glaubt an mich Ja Jetzt fährt man durch Der Pferd tot Nehmen wir wetten an, wie lange er noch lebt Wie stecken wir nochmal ab? 3 Minuten Perfekt, toll Als ob der Arc schon mal gespielt hätte, der Junge Ja Perfekt Alkohol Von da oben Sag mal, habt ihr Langeweile oder was? Immer schon gehabt, deswegen spiele ich mit euch bitte, ja Nein Achso Drei Schweine kamen jetzt auf den Zug Und immer mehr Kim Dodo und ich Die Schweine Aber da ist ein 150er Schwein bei Was hat, was hat nochmal Frau Roskam gesagt? Mama hat gesagt, die Schweine Warte, die Schweine wollen bei uns in die Schule Das hat, als dann die, 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 die Schwarzen, äh, in den, in den, in den, in der weißen Schule zugelassen worden ist, äh, sind und dann hat der gesagt, was passiert hier? Die, die schwarzen, die, die schwarzen Schweine, nee, die, die Schweine wollen, die, nee, die lassen die Schweine in die Schule Wollen mit uns zusammen in die Schule gehen Und die, hm, aha Ja, Mama sagt auch immer, oder, oder vertreibt auch immer die Schweine, die bei uns auf die Terrasse wollen Oder sowas auf die Veranda Ich finde das so lustig Ah, Frau Roskam ist so ein toller Film So ein super Film In dem Zusammenhang klingt das jetzt leicht falsch, aber, äh Warum? Jeder, der den Film kennt, weiß, was ich meine Ja, aber, der Zusammenhang ist doch auch ganz gut Dass einfach immer dieses, auch dieses ironische Witz, der dabei ist Einfach, weil er nicht versteht Leider zu langsam ist, das Ganze zu verstehen Finde ich so toll Also, die Forrest Gump ist, das ist so ein Film Ich, ich gucke gerne viele Arten von Filmen Was ich mal überhaupt nicht mag, sind immer die ewigen Kopien Was hat der mir denn jetzt geklaut? Hat der mir die Märchen geklaut? Wo bist du, Schweine, Priester da? Ähm, und Forrest Gump ist so ein Film einfach mal so komplett Ich weiß nicht, wer den erfunden hat, woher der gekommen ist Und warum überhaupt auf diese, wer auf diese Idee gekommen ist Überhaupt so ein Forrest Gump zu, äh, zu, zu machen Super Das ist, glaube ich, auch einer wahren Begebenheit, oder? Ich glaube nicht Der Typ so ein bisschen, nicht ganz, aber Ich glaube nicht Bin mir da nicht so sicher, aber ich habe mal schon mal irgendwie sowas gehört Also, es gibt viele, es gibt einige Leute, die sind eben etwas zurück Ich habe so einen Cousin, der ist leider auch so Ähm, aber Ich finde die Story einfach So, so, äh, ähm, dieser Mix aus Ich war mit Elvis Presley zusammen Ich habe, äh, Lincoln kennengelernt Ich war mit, äh, keine Ahnung Ich war in Vietnam Ich war, äh, bei der Revolution von, äh, von Woodstock Ich war bei, ich so, dieses alles zusammen Und alles war Forrest Gump Und das ist so gut gemacht Einfach so, dieses, dieser Dieses Total übertriebenes Total durcheinander Und doch so gut Was für mich da auch noch mit rein gewinnt Verständlicherweise beides auch getan Ähm Täglich grüßt das Murmeltier Und Terminal Aber täglich grüßt das Murmeltier Ist nicht mit, äh, ähm Nee, nee, das war der andere Täglich grüßt das Murmeltier Ist mit James Belushi James Belushi oder Bill Murray Bill Murray, Bill Murray, nicht James Belushi Bill Murray, Entschuldigung, dann war der das Egal Aber auf jeden Fall auch einer von diesen Solche aus irgendwie einzigartigen Filmen Auch wenn das Konzept bei Täglich grüßt das Murmeltier Nicht neu ist Aber irgendwie ist die Umsetzung trotzdem ganz cool Ich finde das nicht Nein 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 Ja, das Fährt ist gleich wieder tot Das Fährt ist gleich wieder tot Ja James, alles gut bei dir? Nein Machst du Hilfe? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Nein 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 Äh 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 Ich wurde gerade von einem Von einem Von einem Pferdchen ist tot Knall Hellblauen Äh Pullover Angesprungen Und der hat mich dann Gedingst Und mein Pferd war ja schon angebissen Von den ganzen anderen Tieren gewesen Und dann Äh Kam noch ein Was war noch dazu Sabertooth kam noch dazu Dann habe ich die alle beide umgenietet Mein Pferd war Das war Das war nur eine Brei Masse von Blut Und dann kam das Capro Und dann bin ich gerade aufgestiegen Und der Capro hat mich runter geholt Und dann das war's Oh nein Tja dann brauche ich die Sachen jetzt nicht mehr holen Schade Das war das Pferd Also Name Könnt ihr euch stecken Lange Trotzdem meinen Namen Dann wissen wir was wir aus dem Grabstein schreiben können Oh Mann Brauchst ein Lot noch Ja scheiße Das ist auch mal ein Agentar Was in dem Lot Was sagen Ja ja Das ist direkt hier Ich bin direkt neben der Base direkt neben der Base Keine Keine 20 Sekunden 10 Sekunden Flug Flugding Entfernt Warum hast du denn nichts gesagt? Warum soll ich das sagen? Das war doch alles total easy Ich bin mit meinem Pferd da durchgerusht überall Aber ich hätte jetzt nicht gedacht Dass ich jetzt ein Pullover mich da Wegnatzt Echt jetzt? Boah Oh Mann ey Level? 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 Nein Ah Oh geile Rüstung Das ist ein schöner Loot gewesen Eigentlich Klaus Jetzt hab ich auch noch ne Hose Jetzt hab ich ne hellblaue Wüstenhose Sehr schön Und noch ne hellblaue Keltrüstung und ne hellblaue Armwurst Also das hat doch das Folgen nicht mehr richtig funktioniert nervt Das war Das war jetzt aber auch grad mega Das war dieses ganze Paket von allem was man nicht haben muss Pullover Der mich dann auch noch um Dings äh Ohmächtig macht Dann paar Sekunden später direkt noch der Kapo Sokos Hey Das hab ich noch gar nicht gesehen Seh ich gerade erst Das ist ja cool Äh Hä? Hier hoch Äh Wer ist grad in der Base? Ich Kim Kommen wir zu mir bitte Hier Hier Da hinten Überwegs Ging nochmal Ähm Ja Ach Warte Mein Atem ist noch auf langsamen Modus Hey So Jetzt Hallo Komm mal mit Achtung Flieg mal auf langsam So Bereit? Hm? Komm mal mit Hey Guck dir das mal an Wenn man mal sagt Das ist der PvP Basebot Ja aber guck mal Ist das bei dir auch alles komplett verpackt? Ja ja Dieses Loch sollte hier nicht sein Doch Ich glaub schon Das haben sie extra mal gemacht Ne ne Das ist gar nicht Das ist nicht Absicht Kannst du mir nicht sagen Dass das hier Absicht ist Aber guck mal Wenn du von unten guckst Guck mal Der guck mal von unten Das ist ein Loch Wo du äh nach oben eine Basebot bauen kannst Guck mal nach oben Ja ja aber Wenn man das Wenn man das Nein Nein Ich meine das gibt's hier öfter Das gibt's ja hier hinten Nicht hier Aber da hier vorne hinten auch Vorne hinten hier auch Vorne hinten hier auch Ja da Ja das ist da Äh? Über welche Löcher wird hier geredet? Von vorne und hinten Vorne hinten auch Das kann nicht sein Da gibt's die Löcher Ich bin jetzt eben gestorben ey Schade um das Pferd Das war eigentlich ganz hübsch Hat mir gefallen Hat's fast bis nach Hause Wir haben schon dieses Haus gesehen Naja Hast du deinen Loot eingesammelt? Ja Schon gemacht Ähm Damit sag ich dann mal Tschüss Bis zur nächsten Folge Tschüss 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 Od Vielen Dank.